Hallo! Je nach Studiengang und Hochschule wird jedem Studierenden ein Lehrender des Studienganges zur Seite gestellt, der betreut, berät und bei Fragen unterstützt. Er ist der Mentor bzw. die Mentorin. Mentoren helfen bei möglichen Problemen, die sich während des Studiums ergeben. Sie können aber auch Ansprechpartner für Praktiker sein oder Studierende bei fachlichen Fragen unterstützen. Mentoren sind immer auch Lehrende des Studienganges. Wie genau man sie erreicht, auch ob eine Voranmeldung zur Sprechstunde nötig ist, erfahrt ihr direkt bei eurem Mentor auf der Homepage eures Fachbereichs, per E-Mail oder einfach persönlich.